Mögen Sie es anderen Leuten beim Essen zuzusehen, während Sie selber hungrig sind? Oder haben Sie es gern, wenn Ihnen jemand in die Seite stößt, während Sie probieren, Ihr Essen zu genießen? Kühe genauso wenig. Auf der Weite können Kühe am Tag 6-8 Stunden in Ruhe grasen. Sie haben dort viel Platz und wenig Konkurrenz um ihr Futter und es kommt zu kaum aggressiven Verhalten zwischen den Kühen, um das Futter unter sich aufzuteilen. Dies ändert sich komplett, sobald die Kühe im Stall gehalten werden und im Fressgitter ihr Essen bekommen. Da die Fressgitter häufig schmal sind, stoßen die Kühe häufig seitlich aneinander. Zudem vertreiben stärkere Tiere schwächere Tiere von ihren Fressplätzen. Dies fährt vor allem für schwächere Tiere zu hohem Stress. In der Schweiz gibt es Regelungen zur Größe des Fressplatzes. Diese sind abhängig von der Widerrisshöhe der Kuh. So hat eine Kuh mit einer Widerrisshöhe von 135 cm ±5 cm eine Fressplatzbreite von 72 cm zugute und eine Fressplatztiefe von 320 cm. Doch wie wirkt sich die Konkurrenz am Fressplatz aus und wie wirkt sich die Fressplatzbreite auf das Verhalten der Kühe aus? Das sind die Fragen, die wir uns hier in diesem Video stellen und versuchen zu beantworten. Ob auch der gesetzliche Rahmen Sinn macht und durch wissenschaftliche Studien belegt werden kann, ob diese Grössen, wie wir sie heute haben, gut sind oder ob Pflicht nicht begrössere, besser wären. Viel Spass! Wie sich die Konkurrenz unter den Kühen am Fressplatz auswirkt, haben Forscher in Kanada untersucht. In einer Studie von Crossley et al. sind 18 Kühe mit einer mittleren Laktationszahl von 3,4 in drei Kategorien von unterschiedlicher Konkurrenz beim Fressen eingeteilt worden. Eine Kategorie mit keiner Konkurrenz, wo jede Kuh ihren eigenen Fressplatz hat. Eine Kategorie mit mittlerer Konkurrenz, wo zwei von drei Kühen einen Fressplatz haben. Und eine Kategorie mit starker Konkurrenz, wo nur eine von drei Kühen einen Fressplatz hat. Dabei wurde gemessen, wie häufig und wie lange jede Kuh am Fressplatz war und wie viel Futter gefressen wurde. Das Experiment hat gezeigt, dass die durchschnittliche Fresszeit im Vergleich von der Gruppe ohne Konkurrenz zu der Gruppe mit starker Konkurrenz ungefähr 10% gesunken ist. Um die Futteraufnahme gleich hoch zu halten, haben die Kühe in der Gruppe mit starker Konkurrenz ca. 25% schneller gefressen als die Kühe ohne Konkurrenz. Man könnte also daraus schliessen, dass Kühe, die an einer grösseren Konkurrenz ausgesetzt sind, kürzer dafür aber schneller fressen. Auch wenn der Unterschied von der Kei-Konkurrenz zu der starken Konkurrenzgruppe mit nur 10% ähnlich klein scheint, muss man aber sehen, dass es sich dabei nur um einen Durchschnitt der jeweiligen Gruppe halten. Man hat beobachtet, dass die Unterschiede der Länge der Fresszeiten innerhalb der Konkurrenzgruppe mit steigender Konkurrenz immer grösser werden. Insgesamt fast 30%. Das, weil die dominanteren Kühe bei starker Konkurrenz signifikant länger am Fressen sind. Das verkürzt die Fresszeiten für die untergeordneten oder kranken Tiere natürlich stärker. Wichtig dabei zu wissen ist, dass die Aufnahme von viel Futter in kurzer Zeit der pH im Pansen senkt. Darum hat das auch negative Auswirkungen auf die Pansengesundheit. Der Grund dafür ist eine reduzierte Speicherflussrate. Die wird nämlich durch das Kauen angeregt und wirkt als wichtiger Puffer im Pansen. Abschliessend kann man sagen, dass Kühe mit keiner Konkurrenz am Fressplatz länger und längsamer fressen. Das erhöht Speichelfluss und verkleinert das Risiko einer Pansenazidose. Der Effekt ist umso wichtiger für die schwächeren Tiere. Im Jahr 2006 erforschten Devier et al. ob mehr Platz am Futtertrog aggressives Verhalten der Kühe beim Essen vermindern würde. Dies wurde erforscht, weil mehr und mehr Forschung den Verdacht hervorbrachten, dass mehr Platz am Futtertrog den Wettbewerb vermindert und die Futteraufnahme vergrößert. Sie benützten 24 laktierende Milchkühe für ihr Experiment. Die Kühe wurden in drei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe hatte nur 0,64 m Futterplatz pro Kuh zur Verfügung. Die zweite Gruppe hatte 0,92 m und die dritte Gruppe hatte 0,87 m jedoch mit zusätzlichem Abtrenngitter zwischen den Fressplätzen. Die Durchführer des Experiments ließen die Kühe während drei Tagen an die Umstände gewöhnen und haben dann während sieben Tagen die Messungen durchgeführt. Die Kühe wurden von Kameras aufgezeichnet. Aggressives Verhalten war, wenn eine Kuh die andere beim Fressen störte, sodass die gestörte Kuh den Kopf komplett aus dem Fressgitter zog und somit aufhören musste zu fressen. Sie beobachteten ebenfalls, wo am Körper die Störung der Kuh stattfand. Ob am Kopf, am Rücken oder von hinten. Ebenfalls wurde evaluiert, wie lange die Kühe damit verbrachten zu fressen oder herumzustehen. Die meisten Störungen fanden an der Vorderseite der Kuh statt. Nur wenige wurden von hinten injiziert. Mit mehr Fressplatzbreite konnten die Störungen signifikant verringert werden und die Kühe verbrachten mehr Zeit damit zu fressen als zu stehen. Mit einer Fressplatzabtrennung war sogar noch eine größere Reduktion in aggressiven Verhalten zu beobachten. Mehr Fressplatzbreite als der amerikanische Standard von 0,61 Metern zu haben, resultiert in einem positiven Effekt auf die Kühe. Die Schweizer Standard von 0,65 Metern ist nur leicht darüber. Aber diese Studie zeigt, dass auch hier signifikante Vorteile erzielt werden können mit mehr Fressplatzbreite. Des Weiteren tragen Fressplatzabtrennungen sehr stark dazu bei, das aggressive Verhalten zu verringern. Kreuzplatzabtrennungen, das ist die Familie zu steigern. Ein Gerät des Zagabtslager, der gibt eine gute Regulierung. Eine große Ausfl firedzeiten, die immer noch zu sehen, wird es geantwortet, die jeweils nicht zu der Fall der Kuh statt. Vielen Dank.